Melitta hat aktuell einen neuen Gastronomie-Vollautomaten auf den Markt gebracht, die Caffina XT6. Und ich prüfe jetzt, ob die Vorschusslorbeeren berechtigt sind. Hallo Herr Meier, mein Name ist Marco Jung. Wir sind heute wegen der Caffina XT6 verabredet. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, damit ich Ihnen das gute Stück mal zeigen kann. Sehr gerne. Auf den ersten Blick sehr schön. Aber Design allein reicht uns Gastronomen natürlich nicht. Herr Meier, was ist bei der Caffina XT6 so besonders? Ich könnte Ihnen natürlich jetzt viel erzählen und das würde ich auch gerne tun. Aber ich glaube, es ist besser, Sie schauen sich unser neues Flaggschiff mal persönlich an. Bitteschön. Auffallend große Kaffeebohnbehälter. Da geht ordentlich was rein. Ah, der Auslauf lässt sich sanft und stufenlos verstellen. Schön. Ich bin ja jetzt im Selbstbedienungsmodus. Und man kann schon sagen, die Caffina XT6 eignet sich auch hervorragend für das Hotel, Frühstücksbuffet oder für Kantinen. Unbedingt. Wer möchte, dass sich seine Gäste schnell, einfach und zuverlässig bedienen, der ist mit der Caffina XT6 gut beraten. Ich merke schon, die läuft schön leise. Herr Meier, das Malwerk ist wahrscheinlich besonders hochwertig, oder? Ja, und deshalb schafft es auch über 100.000 Malvorgänge. Und das bei gleichbleibender Qualität, weil es sich automatisch nachjustiert. Sehr lecker. Sehr intensiv. Den intensiven Geschmack kriegt der Kaffee unter anderem dank unseres Mikrofeinsiebes. Die Bohnen werden besonders fein gemahlen. Dadurch entsteht eine unglaubliche Aromafülle und das mit geringerem Kaffeeeinsatz. Auf den ersten Blick sehe ich, die Entwickler bei Melitta haben ganze Arbeit geleistet. Die Bedienung ist einfach, die Qualität passt und schick ist die Caffina XT6 auch. Aber ist die Maschine auch effizient? Kann ich als Gastronom richtig Geld damit verdienen? Das will ich jetzt auch noch herausfinden. Ich würde ganz gern weitere Spezialitäten der Caffina XT6 kennenlernen. Würden Sie mir vielleicht einen Cappuccino bringen, einen Tee, einen Kakao und einen Espresso? Und den bitte mit Kaltmilchschaum. Das kann die Caffina doch auch. Sehr gerne. Ah, ich sehe schon. Jetzt ist die Maschine nicht mehr im Selbstbedienungsmodus, sondern im Servicekraftmodus. Genau. Hier möchte ich die Stapelfunktion besonders erklären. Sie ist quasi das Gedächtnis der Caffina XT6. Wenn ein grosser Tisch auf einmal bestellt, tippt die Servicekraft auf Stapel-Eingabe und wählt alle bestellten Produkte an. Dann werden die Getränke von der Maschine nacheinander abgearbeitet. Ganz effizient also. Vielen Dank. Sehr gut. Ja, wirklich sehr schmeckt es ihnen. So, nun will ich mir mal anschauen, wie sich die Maschine im täglichen Betrieb macht. Also wenn es hart auf hart kommt. Und dafür habe ich einen Termin in Hamburg. Echt herzlichen Dank. Sehr interessant hier bei Ihnen. So, gleich bin ich mit Andreas Reuter verabredet und hier im Hotel will ich mir die Maschine mal unter Leitbedingungen ansehen. Hallo Herr Reuter. Herr Reuter. Herr Reuter. Herr Reuter, vielen Dank. Gerne. Wiedersehen. Tschüss. Ja, mein guter Eindruck aus Minden hat sich hier gerade bestätigt. Die Caffina XT6 von Melitta hat alles, was ein erfolgreicher Vollautomat braucht. Sie sieht gut aus, sie ist hochwertig verarbeitet, der Caffee schmeckt lecker und sie ist einfach zu bedienen. Und vor allen Dingen, sie rechnet sich. Mit der Caffina XT6 haben Sie garantiert die richtige Maschine an Bord. Tschüss und bis bald.